Ein neues Normal? Mit Abstand und Distanz, mit vorsichtigen Öffnungen und ersten Schritten zurück ins gesellschaftliche Leben. Sieht so jetzt unser Alltag aus? Wer hätte gedacht, dass sich von heute auf morgen alles ändern kann? Dass unser gesellschaftliches Leben so zerbrechlich ist und wir nicht mehr sicher sind, was uns der Morgen bringt? Doch die Krise zeigt uns auch eine weitere Facette, eine, die uns Hoffnung gibt und uns mehr prägt und uns noch näher zusammenrücken lässt. Mit Menschen, die füreinander einstehen und füreinander da sind. Mit Mitgefühl, Solidarität und Zusammenhalt in dieser schweren Zeit. Das Leben schafft uns nie dagewesene Hürden und Herausforderungen. Doch gemeinsam können wir diese durchstehen. In den vergangenen Monaten haben wir zusammen bei der Bekämpfung von Corona in Niedersachsen viel geschafft. Aber in den nächsten Monaten wird uns auch noch viel abverlangt werden und ich bin ganz sicher, wir können das schaffen, wir werden das schaffen, aber wir werden es nur zusammenschaffen. Darum geht es Niedersachsen hält zusammen, auch in den nächsten Monaten. Machen Sie mit. Herzlichen Dank.